Ja und herzlich willkommen zurück zum Scana Truck Driving Simulator. Heute starten wir mit den 4 Reaktionstests. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal und schauen uns an, was wir machen müssen. Teste deine Reaktionszeit bei der Begegnung mit einem Hindernis, das unerwartet vor deinem RKW auftaucht. Die Strecke ist ziemlich leicht, du wirst also nicht abgelenkt, konzentriere dich nur darauf, so schnell wie möglich zu rea... ...zu reagieren. Okay, also sprich, wir müssen einfach stoppen. In der Zeit. Fahr den RKW mit mindestens 50 kmh und halte an, sobald du ein Hindernis siehst. Okay, 50 sind wir gleich. Da sind wir jetzt auf 50. Fies, hier war es jederzeit. Okay, 69 Sekunden. Achso, okay, dann geht's gleich weiter. Wieder. Wir müssen also 5 Stück eigentlich absolvieren. Oh, okay, das war schon ein bisschen weniger... Weniger sch... Nicht schlecht. Weniger gut. Ich leg immer gleich voll die Feststellbremse ein und... ...das Bremspedal ganz durch. Aber wie man sieht, man rutscht hier in dem Spiel halt ziemlich manchmal. Theoretisch hätten wir ihn überfahren, aber gut. Wenn alles so um die 70 Millisekunden ist... ...würde ich das akzeptieren. Man muss ja dazu sagen, ich fahre auch nicht unbedingt genau vernünftig. 60 Sekunden schon besser. ...und noch das letzte Mal. Ups, falsche Taste, sorry. Okay, sehr gut. 16, 60 Sekunden beim letzten. Okay, ich würde sagen, wir gehen weiter zur nächsten Aufgabe. Reaktionstest 2 testet einen Reaktionstest unter widrigen Bedingungen. Wird sich überraschend und können dir auch mitten in der Nacht begegnen. Lass uns diese Aufgabe erneut auf der einfachen Strecke absolvieren... ...um zu sehen, ob schlechte Sicht bei ansonsten identischen Bedingungen... ...deine Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Okay, das sieht ja ganz unglaublich schön und gut aus. What the fuck ist jetzt hier los? Im Spiel geht es echt nicht mehr gut. Wie man sieht. Ignorieren mich mal. Haben wir halt hier in... ...en... ...disco-truck. Das sieht schrecklich aus. 72 Sekunden. 63 Sekunden viel besser. Ich glaube, es spielt keine Rolle, ob man... ...ähm... ...kurz davor oder weiter weg anhält. Hauptsache man reagiert schnell, wenn man das sieht. Egal, welche Geschwindigkeit man fährt. 65 Sekunden auch gut. Ich glaube, alles, was so um die 60 Sekunden sind, ist eigentlich gut. Das war wieder schlecht. Ich habe selber gemerkt. 67. Okay. Weiter zum nächsten. Wahrscheinlich jetzt mit einem Auflieger. Ja. Jetzt ist dein Reaktionsteil auf einer anspruchsvolleren Strecke, auch wenn das Durchfahren der Kurven einen Grossteil deiner Aufmerksamkeit fordert, musst du die ganze Zeit überhell wach sein. Der Schwierigkeitsgrad wurde erhöht, indem an deine Zugmaschine ein mit schweren Güten beladener Auflieger geküppelt wurde. Wieder fünf Messungen. Let's go. Da muss man natürlich viel aufmerksamer sein, da der Bremsweg viel länger ist. Und der letzte Reaktionssatz ist wahrscheinlich dann das gleiche mit Auflieger und im Regen und im Dunkeln, schätze ich mal. Oh nice, 55 Sekunden ist ja die Bestleistung. Einfach 20 Millisekunden Unterschied. Die erste Messung war bisher am besten und wird wahrscheinlich auch nicht unbedingt viel besser werden. Okay, doch. 49 Millisekunden, sehr gut. Zur nächsten und letzten Aufgabe, beim Reaktionstest. Na, das gleiche wieder. Einfach mit einem Auflieger und wieder unserem Party Truck hier. Echt weird. Blinkt natürlich gar nicht ab, dass alles hier blau und weiß leuchtet. 83 Millisekunden. Puh, ganz schlecht. Puh, ganz schlecht. Alter, schwimmt das hier rum. Schwimmt das hier rum. Okay, schon viel besser. Oh, das habe ich jetzt ganz spät gesehen. Habe ich jetzt auch nicht erwartet, dass es so schnell kam. Nach dem anderen. Hm. Oh. 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 Man merkt schon, im Dunkeln ist es schwieriger, das Ganze hier zu machen, aber auch das haben wir eigentlich bestanden. Von daher gibt es eigentlich nur noch freies Fahren, was ich aber wie gesagt hier aussen vorlasse, weil man hat ja gesehen, das Spiel will nicht unbedingt mehr so gut mithalten, wie ich das möchte und hat viele Fehler und Schwierigkeiten, zumindest jetzt auf meinem System, keine Ahnung warum das jetzt plötzlich auftritt, also vor dem neuen Aufsitzen des PCs war ja alles gut, vielleicht eben weil ich das Ganze mit OpenGL starten muss, vielleicht ist das das Problem oder keine Ahnung was genau, aber ich würde sagen, das war es hiermit vom Scana Truck Dragon Simulator, vielen Dank fürs Zuschauen hier bei diesem Game, wie gesagt die gefährlichen Stücken fand ich eigentlich bei diesem Game immer am besten, weil das mal was anderes war und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bei einem anderen Let's Play oder beim American Truck Simulator, was nach dem hier folgen wird, vielen Dank fürs Zuschauen und wie gesagt, bis zum nächsten Mal bei einem anderen Game, Tschüss!